hey leute wie ich angekündigt habe mache ich ja wieder videos und ja dann wollte ich heute mal ein video machen und ja dann spielen wir heute mal ein jump and run auf timolia in jump world und ich bin ein bisschen krank ich glaube das hört man und wir spielen heute das jump man von agar kraft in der arsch 1 punkt so und da ich internetprobleme habe muss ich kurz nachgucken wegen ja geht wieder hoffe ich mal heute und ich bin scheiße stellen 20 müsste mir eigentlich immer alle auf den sack gehen so 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 hüpf 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 und der erste checkpoint geil hüpf 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 da komm 30 ja und ich spiele noch mit meinem alten pc habe ich ja im letzten video angekündigt beziehungsweise gesagt und oben links in meiner fps aber ja momentan spiele ich auf 30 fps nicht aufnehmen kann das wird oder mit meinem neuen rechner kommen ach scheiße so sag mal was ist denn los so kreativität schlecht weil optik ist schlecht weil wir sprünge sind gut weil na ok nächstes jump machen und lag jetzt halt Hilfe tschüss 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 so jetzt spielen wir mal ein jump and run was ich schon gespielt habe ich ganz cool fand Sides hat eine sehr gute bewertung ja gut wir sehen uns gleich so da bin ich auch schon wieder und es geht direkt los mit sites von pumoke und da ist in dieser map etwas mehr legen wird weil hier mehr blöcke sind etc pp und ich durch irgendwelche lexern scheiße sein würde was ich ja eigentlich schon bin ja zb so was ach ja schön krank zu sein aufzunehmen hört man sich immer so scheiße an und ein checkpoint geil diese sprung ok ja ich bin deswegen aber ich will für euch aufnehmen warum habe ich das jetzt nicht geschafft dass es jetzt habe ich das nicht egal sieht ja mal was für kosten will ich auf mich nehmen nur um für euch aufzunehmen wenn ich krank bin was los ach komm ich bin dabei schon okay ich spreche vom tisch aus ok ich weiß dass ein sound runter ist deswegen deswegen falle ich runter die golden geld wird falsch geschrieben okay kann man so schreiben aber nicht schön aus alles klar so 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 okay so 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 heute die so 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 sendung mit extra neu auf kika nein ach egal was ihr sagt ich bin nicht schlecht das liegt ein lex obwohl ich gerade kaum welche habe aber okay ich bin einfach schlecht und das liegt ja ich bin bei human media und die haben probleme in meiner region und dem im ganzen westen und uns ja deswegen habe ich mal ein ping der geht von normal normal so schlecht wie ich bin einer von normal 17 20 auf 1600 hoch und what the fuck leckt das gerade so ja die machen irgendwas an der leitung und keine ahnung bis man youtube geöffnet hat er geht auch vergeht auch eine minute und eis kackt sich in die hose weil er hier sich anstrengen muss ok 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 sprint mit leben zu tun ok ihr leben muss man sprinten aber rtl ja ok rtl das niveau von rtl passte gerade dazu was ich angesprochen habe sagt eis der auch immer rtl guckt bezüglich also die sendung also ich sind auch nein ok und hartz 4 sender ist der rtl 2 oder was nein so habe ich ein kolosseum in rom ok weit sprung habe es geschafft ich jetzt ein preis kriege ich jetzt ein keks ich wäre fast runtergefallen ich bin runtergefahren kriege ich jetzt auch ein keks i believe i can nicht jump ja leute ja leute ja leute fack so ja heute ok geben wir mal an ok schwer und einfach das ist schwer das ist einfach schwer und einfach 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 kommen wir sind heute mann ob ich drauf und gehen auch den nubig drauf sein weg ja leute ich bin nicht gut drauf weil 12 uhr 8 ja 12 uhr 8 gerade ich bin seit einer stunde oder so wach und vergesse immer zu sprinten oder zu springen und ja hab ein scheiß pc noch und eine leitung die rumsparkt und immer sind die anderen schuld immer als auf die anderen schieben leute alter was ok 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 jump boost ok leute leute braucht man nicht wie gesagt ich hab's ja schon mal gespielt wo ist der kölner dom nein leute er kommt nicht aber wieso nicht kölner dom der kennt doch jeder gut ich bin der teil der näher auch also ich bin in der stadt da in köln aufgewachsen aber ok wieso ist denn der kölner dom nicht dabei ich bin da ich bin da aufgewachsen können wieso ist er nicht dabei leute hey pumoke warum hast du den kölner dom nicht hingebaut war ja zu schwer für dich und what the fuck ist los wenn ihr irgendwelche maps baut könnt ihr gerne den kölner dom da drin einbauen ja nicht so wer pumoke der nicht kann und ich diese jams hier gerade alle zehn fachwerk kacke und schon 50 felds habe und ich in der probe runde ohne aufnahme irgendwie 10 20 felds noch habe aber es liegt ja wahrscheinlich daran dass ich mich aufs reden gerade ein bisschen mehr konzentriere als aufs spielen und ich gerade extrem schnell rede und rede ohne punkte, wie so ein wasserfall und reden wir wieder normal ach da rutsche ich von der leiter ab wie so ein popel der an der wand klebt schon wieder leute juhu das rendert doch gleich fünf stunden so und in 720p rendere ich im moment noch weil ich gerade scheiße gemacht habe und weil es leckt und weil ja 720p rendert halt bei mir schneller als immer 1080p sowie die anderen videos ja also vergnügt euch mit 720p videos und 58 felds obwohl ich hier äh ja wie gesagt weniger feld hatte aber es liegt daran dass ich mich aufs reden konzentriere na alter was ach ok ich bin seit einer stunde wach ok müsst ihr euch merken der eiswürfel der kann nicht spielen wenn er seit einer stunde wach ist ist es denn zu fassen entweder ich rutsche ab wie so ein popel an der wand oder ich vergesse zu springen oder ich vergesse zu springen irgendwie sollte alles kaputt obwohl ich bin kein popel an der wand ich bin einfach nur eis ich bin einfach nur eis das irgendwo festgefroren ist und dann schmilzt und dann das da so abrutscht alter was ist denn los sollte alter jesus ach ja ist das schön nein ich werde nix rauskratten sagt er jetzt ok ich hab's geschafft oh ich hab's geschafft so wahrscheinlich bin ich wieder zu leise oder ich bin entweder zu laut oder spiel ist zu laut und ich bin zu leise das sind pferde sein ja ich hab's auge gedrückt so ok nein ey sag mal hey ok 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 bewertung die optik war sehr gut die kreative die waren gut so ja ich hab's noch mal alles wo ist der kölner doof ach so ok wahrscheinlich jetzt auch hier machen egal leute baut mir eine map bauten können doch mit da rein ja dankeschön und dann gehen wir zurück und alter hilfe oh gott slimy ok ah zu viele menschen auch ein keks oh guck mal der hat einen schlechten ping oder hab ich mir einen schlechten ping ne 16 gut ähm so da würde ich sagen sehen wir uns bei der nächsten folge jump world oder vielleicht bei meinem survival projekt was ich auch angesprochen habe und irgendwie machen werde und ja bis dann leute ciao